Aber was für eine Wahl hatte er. Er konnte diese Prüfung nicht allein bestehen. Er gestand sich das ohne Mühe ein. Er hatte seine Argonauten versammelt, um ihm bei seiner Mission zu helfen. War die Rekrutierung von Medea nicht das Gleiche? Ich werde dich heiraten, sagte er. Bei allen Göttern schwöre ich es. Hilf mir, und ich werde dich nach Griechenland mitnehmen und dich nie verlassen. Medea schlang ihre Arme um ihn und küsste ihn. Jason musste zugeben, dass das gar nicht so schlimm war. Hier ist die Tinktur, sagte Medea. Nachdem du das Feld bestellt hast und die Skelette aus dem Boden wachsen, wirf einen Stein in ihre Mitte. Jason wartete. Das ist alles? Das ist alles. Du wirst schon sehen. Wenn sie erst entsorgt sind und du die Prüfung bestanden hast, wird mein Vater sehr sauer sein. Er wird kurz davor sein, dich auf der Stelle zu töten, aber er wird sich in der Öffentlichkeit zurückhalten. Tu einfach so, als wäre alles in Ordnung. Sag dem König, dass du am nächsten Morgen gleich als erstes zu ihm kommen wirst, um das Vlies in Empfang zu nehmen. Aber er wird mir das Vlies nicht wirklich geben. Nein, er wird auf dich im Palast warten und dann befehlen, dich hinzurichten. Aber wir geben ihm keine Chance dazu. Während der Nacht sollen deine Männer im Verborgenen das Schiff abfahrbereit machen. Wenn es dunkel wird, werden du und ich uns in den Hain schleichen, den Drachen außer Gefecht setzen, das Vlies stehlen und dann abhauen. Klingt wie ein Plan, Liebling. Das machte Medea sehr glücklich. Sie verlor beinahe dieses mordlösterne Funkeln in ihren Augen. Viel Glück, mein Liebster. Denk an dein Versprechen. Sie sagte nicht oder sonst. Wie ihr Vater war auch sie sehr gut darin, diese Drohungen nur anzudeuten. Bei Sonnenaufgang meldete sich Jason zum Dienst im Hain von Ares. Wie ihr euch denken könnt, war der Hain nicht bekannt für seine hübschen Blumen oder Pavillons für den Kaffeeklatsch. Er breitete sich über einen stufigen Hügel außerhalb der Stadt aus. Man konnte ihn von überall gut sehen. Die Grenze bildete eine Mauer aus Eisen und giftigen Dornbüschen. Die Bronzetore führten zu einer Ebene der Größe eines Fußballfelds, die mit Knochen und kaputten Waffen übersät war. Gegen eine Wand gelehnt und an einem Pfosten festgebunden, war ein übergroßes Joch aus Eisen, das mit einem Flug verbunden war, der größer war als der Kiel der Argo. Die zwei Bronzestiere streiften frei über das Feld, zerbrachen Knochen und spiehen Feuer. Weiter den Hügel hinauf war der Hain an sich, mehrere Hektar von dichten, verschlungenen Eichenbäumen. Oben auf dem Gipfel, im Geäst der höchsten Eiche, glitzerte das goldene Vlies. Aus der Entfernung kam es Jason nicht größer vor als eine Briefmarke. Es glühte blutrot in der Morgensonne und brannte ihm in den Augen wie ein Laserpointer. Was ziemlich schmerzhaft ist, schaut bloß nicht in so einen rein. Jeder Einwohner von Kolchis schien von den nahegelegenen Hügeln aus zuzuschauen, oder von den Dächern der Stadt, oder selbst von den Masten der Schiffe im Hafen. Jason schaute auf die Argo hinab, die an der Flussmündung ankerte. Er fragte sich, ob es schon zu spät war, zum Schiff zu rennen und zu schreien, »Ich hab's mir anders überlegt!« Dann kam König Aethes in seinem goldenen Streitwagen die Straße hinabgedonnert. Er trug seine geerbte Eigentum von Ares Rüstung und sah dadurch selbst ziemlich gottgleich aus. Sein Helm hatte ein grausiges Visier aus Bronze, dass es Jason kalt den Rücken runterlief. Ein Schweißtropfen rannt sein Gesicht hinab, wodurch er den Geruch seiner magischen Tinktur riechen konnte. Salbei und Zimt mit einem Hauch von ranzigem Salamanderblut. Götter erhoffte, dass ihm Medea keinen Streich spielte. Der Streitwagen des Königs hielt an. Aethes starrte Jason an. »Na!« bellte der König, was sein üblicher morgendlicher Gruß war. »Siehst du jetzt, wie hoffnungslos deine Aufgabe ist! Schleich dich zurück auf dein Schiff! Niemand wird dich aufhalten!« Jason fragte sich, ob der König seine Gedanken lesen konnte oder ob es einfach dermaßen offensichtlich war, wie viel Angst er hatte. Irgendwie sammelte er seinen Mut. »Ich werde nicht weichen!« rief er. »Wo sind diese Drachenzähne, die du gepflanzt haben willst?« Der König schnippte mit den Fingern. Ein Diener huschte herbei und warf Jason einen Lederbeutel vor die Füße. Der Inhalt klapperte wie Tonscherben. »Da hast du sie!« sagte der König. »Viel Glück beim Aufzäumen der Stiere!« »Ich werde hier mit meinem Streitwagen rumfahren und dabei cool aussehen!« Sobald Jason die Eisentore durchschritten hatte, fielen sie scheppernd wieder ins Schloss. Die Bronzestiere drehten sich und starrten ihn an. »Liebe Stiere!« sagte er. Sie griffen synchron an und bliesen Feuer. Die Hitze saugte allen Sauerstoff aus Jasons Lungen. Seine Augen brannten wie Jalapeno-Cyps, aber erstaunlicherweise starb er nicht. Gottgleiche Kraft strömte durch seinen Körper. Er schlug dem ersten Stier ins Gesicht und der fiel um. Dann schlang er seinen Arm um den Nacken des zweiten Stiers und zerrte ihn hinüber zu seinem Pflug. Das Publikum johlte, begeistert und ungläubig. Jason zwang den Stier in das Joch, dann ging er zurück zu dem Ersten. Auch ihn zerrte er ins Joch und zäumte ihn an. Dann griff er die Zügel des Pflugs. »Hüa!« rief er. Die Stiere bliesen Flammen in den Himmel. Sie zogen den riesigen Pflug über die Erde und produzierten eine Furche. Rauch quoll um Jason herum. Funken flogen in seine Augen. Er fühlte sich, als würde er eine Dampflok steuern. Vom Dampfkessel aus. Aber irgendwie schaffte er es doch, die Drachenzähne in die Furche zu stecken. Zum Mittag hatte Jason das ganze Feld gepflügt. Jason war immer noch nicht tot. Er parkte die Stiere, band sie an den Pfahl und beschloss, eine Trinkpause einzulegen. Die Argonauten jubelten aus vollen Kehlen. »Nicht übel für einen Mann«, lobte Atalanta. »Das ist mein Junge«, rief Polydeukes. Orpheus stimmte ein Lied an, das er sich gerade ausdachte, namens »Stierfahrender Mann«, das später die Top 5 der altgriechischen Popcharts erreichte. Währenddessen stand Aietes in seinem Streitwagen und starrte Jason Löcher in den Bauch. Das Gesicht des Königs war hinter dem Visier verborgen. Aber Jason hatte das Gefühl, dass Aietes Gesichtsausdruck noch unfreundlicher war als der des Visiers. »Ein guter Anfang«, stieß der König schließlich aus. »Aber jetzt musst du ernten, was du gesät hast. Bringt ihm den Bluteimer!« Ein Diener huschte nach vorn mit einer hübschen grünen Giefskanne, dekoriert mit Gänseblümchen. Die Wachen öffneten die Tore gerade weit genug, um sie Jason zu geben. Er schaute hinein und sah, dass sie tatsächlich mit Blut gefüllt war. Er beschloss, gar nicht erst zu fragen, wo das Blut herkam. Jason ging die Furchen entlang und goss sein Feld aus Zähnen. Sobald er die letzten gegossen hatte, begann das ganze Feld zu beben. Knochenhände stießen durch den Boden, Dutzende von Knochenkriegern kämpften sich nach oben, bereits bewaffnet mit rostigen Schwertern und löchrigen Schilden. Ihre Augenhöhlen waren dunkel und leer, aber als sie sich Jason zuwandten, bekam er den Eindruck, dass sie ihn dennoch sehen konnten. Jason geriet in Panik, bis er sich an Medeas Rat erinnerte. »Ein Stein!« dachte er. »Ich brauch nen Stein!« Er fand einen der Größe einer Orange und warf ihn in hohem Bogen zu den Zombies. Die Knochenkrieger bildeten gerade Ränge, als der Stein einen von ihnen am Kopf traf und seinen Helm wegfegte. Der Krieger taumelte in einen seiner Kameraden, der ihn wieder zurückschubste und seinerseits einen dritten Krieger umwarf, dessen Arme wild kreisten und einen vierten im Gesicht trafen. Bald schon prügelten sich alle Skelette, ohne zu wissen warum. Sie zerhackten sich gegenseitig, bis auf dem Boden nur noch zerbrochene Brustkörbe und abgetrennte Köpfe lagen, deren Kiefer immer noch malten. Knochenarme und Beine wandten sich auf dem Boden auf der Suche nach ihren jeweiligen Körpern. Jason ging zu den letzten beiden Kriegern. Beide hatten schon ihre Köpfe verloren. Sie rammten sich in den Bauch wie Schulhofschläger. Jason hob das nächstbeste Schwert auf und schlug ihnen die Beine ab. Einen Moment lang war die Menge still. Dann skandierten die Argonauten »Ja, Son! Ja, Son!« Sie rissen die Eisentore auf und strömten hinein. Sie trugen Jason auf Händen und drehten eine Ehrenrunde mit ihm, während Aietes vor Abscheu bebte. »Danke für die Prüfung, Eure Majestät«, rief Jason dem König zu. »Ich werde morgen früh am Palast vorbeikommen und das Vlies abholen. Aber heute Abend werden wir feiern!« Die Argonauten marschierten in bester Laune zu ihrem Lager zurück. Die Kolcher gingen nach Hause und versperrten ihre Türen. Sie wussten, wie der König drauf war, wenn er wütend wurde. Als Aietes die Argonauten weggehend sah, murmelte er zu sich, »Feier nur, Jason! Genieße deinen letzten Tag auf dieser Welt!« In jener Nacht, trotz der Enttäuschung des Tages, konnte Aietes gut schlafen. Es gab nichts, auf das er sich mehr freute als ein gutes Massaker. Um Mitternacht waren die meisten Argonauten wieder auf ihr Schiff zurückgekehrt. Sie ließen ihre Lagerfeuer am Hafen brennen, um die Stadtwache hinters Licht zu führen. Jason stand im Kommandorzelt und packte seine Sachen, als Medea mit Aietes' vier Enkeln ankam. »Sie müssen auch mit uns kommen!« Medea schob die Kinder vor. »Sie wollen Griechenland sehen, wo ihr Vater geboren wurde. Außerdem, sobald Aietes merkt, dass wir das Vlies haben, schweben sie in Gefahr. Er wird jeden seinen Zorn spüren lassen, der für dich eingetreten ist.« Jason runzelte die Stirn. »Er würde doch sicherlich nicht seine Enkelkinder töten!« »Du kennst meinen Vater nicht!«, sagte Medea. Jason hatte eigentlich nicht eingeplant, vier Kinder an Bord der Argo zu nehmen, aber er konnte es ihnen wohl kaum verwehren. Sie alle sahen ihn mit ihren großen Hundeaugen an und murmelten, »Bitte, bitte, bitte!« »Na schön!«, sagte er. »Meine Männer werden euch Kinder aufs Schiff bringen, während Medea und ich das Vlies holen.« »Der Hain des Ares war bei Nacht nicht eben weniger gruselig.« Medea führte Jason zu einem geheimen Eingang in der südlichen Mauer. Sie winkte mit der Hand und sprach ein paar Zauberwörter und die Dornbüsche wichen zur Seite und gaben eine Lücke in der Eisenmauer frei. Die abgetrennten Skelettglieder krabbelten immer noch über das Feld, geköpfte Schädel glänzten im Mondschein. Blutgetränkter Matsch quietschte unter Jasons Sandalen und zwischen seinen Zehen. Als sie den Hain erreichten, führte ihn Medea über verworrene Pfade nach oben. Jason erkannte, dass er sich ohne sie sofort verlaufen hätte. Die Wurzeln schlangen sich um seine Beine, als er lief. Die Bäume bewegten sich. Äste pieksten ihnen an unangenehmen Stellen. Wenn die Bäume zu forsch wurden, murmelte Medea ein paar Wörter und sie erstarrten wieder. Endlich erreichten sie den Gipfel. Als sie den Drachen erreichten, hatte Jason vorgehabt, sein Schwert zu ziehen. Stattdessen verwandelten sich seine Arme in Pudding. Er konnte diese schlängelnde Reptilienmasse mit gelben Laternenaugen und dem schwefelhaltigen Rauch aus ihren Nüstern nur anstarren. Die Kreatur wickelte sich so viele Male um den großen Eichenbaum, dass Jason unmöglich sagen konnte, wie groß der Drache eigentlich war. Scharfe Stacheln reiten sich seinen Rücken entlang, wie gezackte Messer. Die Schuppen des Drachen waren so groß wie Schilde, mit einem Stachel in der Mitte und am Ende nach oben gebogen, sodass die Haut des Untiers Jason lächerlicherweise irgendwie an eine tödliche Artischocke erinnerte. Als das Monster sein Maul öffnete, konnte sich Jason lebhaft vorstellen, wie die ganze Argo davon verschluckt wurde, in dem roten Rachen verschwand und von den Elfenbeinzähnen in Kleinholz verwandelt wurde. Das Zischen des Drachen echote im ganzen Tal wieder. Keine Chance, dass das nicht jeden in Kolchis aufgeweckt hatte. Jason lachte vor Verzweiflung. Was hatte er sich bloß gedacht? Sein Schwert wäre in etwa genauso hilfreich wie ein Zahnstocher gegen dieses Biest. Medea griff seine Hand. Sie zeigte auf das goldene Vlies, das in einem Ast über dem Kopf des Drachen hing. Du musst auf den Drachen klettern, um es zu erreichen, sagte sie. Schlaf dabei nicht ein. Was? Medea begann zu singen. Ihre Worte waren nicht in einer Sprache, die Jason kannte, aber er erkannte den Namen Hypnos, der Gott des Schlafs. Das Lied floss über ihn wie Honig. Seine Augen wurden schwer. Medea grub ihre Fingernägel in seinen Unterarm, um ihn wachzuhalten. Die Augenlider des Drachen flatterten einmal, zweimal, dann schlossen sie sich. Dann schlossen sie sich. Bis zum nächsten Mal.